Thema TPS. Was kann und ist TPS überhaupt? Herzlich willkommen bei ClearCorrect erklärt. Mein Name ist Antonio Ferreri, Clinical Advisor der Straumann Gruppe. Ich zeige Ihnen, welche Vorteile TPS für Ihre Praxis bringt. Bei einem TPS, Treatment Planning Service, handelt es sich um ein externes Team aus Technikern, Zahnärzten und Kieferorthopäden, das Sie bei der 3D-Behandlungsplanung berät und unterstützt. Konkret heißt das für Sie, der TPS begleitet und optimiert Ihre 3D-Behandlungsplanung. Er übernimmt dabei die Kommunikation mit unseren Technikern. Aufgrund seiner Erfahrung fungiert der TPS als Mentor in der Aligner-Therapie. Wie geht der TPS dabei vor? Der TPS sichtet Ihre Verschreibung, zum Beispiel die Abformungen, analog, digital, die Patientenfotos und Ihre Anweisungen, um das Behandlungsziel und die Komplexität des Patientenfalls zu beurteilen. Ihre klinischen Präferenzen werden dabei ebenfalls berücksichtigt. Auf Basis aller Informationen und der Erfahrung des TPS optimiert dieser Ihre Behandlungsplanung. Eine fachkundige, kieferorthopädische Unterstützung erhalten Sie dabei durch klinische Kommentare und Behandlungsempfehlungen, ob zum Beispiel ein Einsatz von Hilfsmitteln wie von Elastix nötig ist. Die Kontrolle geben Sie dabei nicht aus der Hand. Sie überprüfen die optimierte 3D-Behandlungsplanung und reichen Änderungswünsche ein oder akzeptieren die vorgeschlagene Behandlungsplanung. In der Praxis zahlt sich die Unterstützung eines Treatment Planning Service auf die Faktoren Erfahrung, Zeit und Fallvolumina in der Aligner-Therapie direkt aus. Ein Mehrwert ist das Mentorship. Sie gewinnen Sicherheit in der Überprüfung der 3D-Behandlungsplanung und bauen Ihr klinisches Wissen weiter aus, indem Sie mehr Zeit am Patienten verbringen. Dabei bauen Sie Vertrauen auf und steigern die Komplexität mit zunehmender Anzahl an Patientenfällen. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Vorhersagbarkeit der Behandlungsplanung durch Optimierung der geplanten Bewegung steigt, sodass die Revisionsrate reduziert werden kann. Dadurch steigern Sie die Patientenzufriedenheit und weitere Abstimmungstermine können entfallen. Durch alle eben genannten Vorteile steigern Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit, Sie steigern Ihre Praxiseffizienz und Sie erhöhen Ihre Rentabilität. Dadurch können Sie letztlich mehr Aligner-Fälle behandeln. Die Fallauswahl und wann der Einsatz eines TPS sinnvoll sein kann, hängt von der Komplexität des Falls und von Ihrer Aligner-Erfahrung ab. Für Einsteiger in die Aligner-Therapie kann die Zusammenarbeit schon bei Fällen mit geringer Zahnbewegung sinnvoll sein, um klinisches Wissen und Vertrauen am Patienten aufzubauen. Erfahrene Behandler profitieren bei der Nutzung eines TPS, dass sie bei der Umsetzung moderater bis komplexer kieferorthopädischer Bewegungen, zum Beispiel einer Klasse 2 Behandlung, die Vorhersagbarkeit durch bestimmte Bewegungsprotokolle erhöhen können. Für beide Gruppen gilt, dass die Wettbewerbsfähigkeit und die Fallvolumina durch den Einsatz eines TPS gesteigert werden können. Vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie reingeklickt haben. Mir hat es wieder viel Spaß gemacht und ich freue mich, Sie bei einem weiteren Video von ClearCorrect erklärt wiederzusehen.